Hi, ich bin Marco von iDog. In diesem Video zeige ich dir, wie du bei deinem iPhone den Lightning-Connector selber austauschen kannst. Die Reparatur ist schwierig, da einige Teile verklebt sind und du viele verschiedene Schrauben lösen musst. Du solltest etwa 60 bis 90 Minuten dafür einplanen. Folgende Werkzeuge empfehlen wir dir hierfür. Einen Y-Type, einen Pentalobe und einen Philips-Schraubendreher. Ein Hartplastik-Plektrum, eine ESD-Pinzette, einen Stahlspatel, einen Plastik-Spudger und einen Saugnapf. Außerdem benötigst du einen Heißluftfön oder alternativ einen Hartrockner, um stark verklebte Teile lösen zu können. Das Ersatzteil findest du unten in der Infobox verlinkt und das wichtigste Werkzeug findest du in unserem Reparaturset. Auf unserer Internetseite idoc.eu findest du diese Anleitung mit detaillierten Fotos und Videos für jeden einzelnen Schritt. Wenn ihr Fragen habt, nutzt einfach die Kommentarfunktion. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du dir alle notwendigen Werkzeuge parat legen. Achte auch auf eine saubere Unterlage, damit kein Schmutz ins Innere gelangt und du keine Kratzer im iPhone hast. Zu Beginn der Reparatur solltest du dein iPhone ausschalten, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Dann kannst du die Pentalob-Schrauben entfernen. Das Display ist stark verklebt. Um den Displaykleber zu lösen, benutze am besten einen Heißluftfön oder einen Hartrockner. Der Kleber befindet sich am Rand des Displays. Durch das Erwärmen kannst du das Display leichter lösen. Nehme dir jetzt den Saugnapf zur Hand und setze ihn auf dem Display oberhalb vom Homebutton an. Ziehe nun am Saugnapf und drücke dabei gleichzeitig mit dem Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen. Sobald du das Plektrum zwischen Glas und Backcover-Rand platzieren konntest, kannst du nun mit dem Plektrum einmal um den Rahmen herumfahren. Damit löst sich der Displaykleber nach und nach. Achte darauf, dass du das Plektrum beim Lösen des Displayklebers nicht zu weit ins Gerät einsteckst. Sei dabei besonders vorsichtig. Du könntest sonst die Displayanschlusskabel beschädigen. Ist das Display deines iPhones stark gesplittert, empfiehlt es sich mit Klebeband zu arbeiten. Hierzu zieht dir ein Streifen Klebeband ab und klebt ihn direkt aufs gesplitterte Display. Das ist notwendig, damit der Saugnapf besser hält. Ist der Kleber rundherum gelöst, kannst du nun das Display aufklappen. Du kannst das Display auch gegen einen Gegenstand anlehnen. Achte aber dabei darauf, dass dir dein iPhone nicht wegrutscht. Klappe das Display nicht mehr als 180 Grad auf, da sonst die Kabel überdehnt werden könnten. Nun werden die vier Philips-Schrauben der Metallabdeckung gelöst. Achte immer auf die Größe und die Art der Schrauben. Achte immer darauf, dass du die Schrauben nicht durcheinander bringst. Es könnte sonst zu Beschädigungen kommen. Zum Ablegen der Schrauben empfehlen wir unsere iDoc-Magnetmatte. Unter der Metallabdeckung befindet sich der Akkukonnektor. Diesen solltest du immer als erstes trennen. Zum Trennen des Konnektors empfehlen wir einen Plastik-Spudger. Das empfiehlt sich, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Solange der Akku noch angeschlossen ist, fließt Strom im Gerät. Durch falsches Anschließen der Display-Konnektoren kann es passieren, dass es einen Kurzschluss gibt. Es könnte auch sein, dass hierbei deine Hintergrundbeleuchtung beschädigt wird. Mit einem getrennten Akku bist du also immer auf der sicheren Seite. Jetzt kannst du die Anschlüsse des Displays und das Homebutton trennen. Versuche, die Anschlüsse möglichst gleichmäßig zu entfernen. Achte darauf, die Anschlüsse nicht zu verbiegen und andere Teile vom Logicboard zu beschädigen. Entferne nun die zweite Metallabdeckung. Diese ist mit zwei Y-Type-Schrauben gesichert. Unter der Abdeckung befindet sich der Kontakt für die Frontkamera und für die Hörmuschel. Entferne diesen mit einem Plastik-Spudger. Wenn alle Anschlüsse gelöst sind, kannst du das Display nun entfernen. Die Kontakte der EyeSight-Kamera liegen unter einem Abdeckblech. Löse zuerst die Y-Type-Schrauben und entferne dann das Blech. Jetzt kannst du die Konnektoren vorsichtig mit dem Spudger lösen. Die Rückkamera selbst ist noch einmal mit einem Blech gesichert. Eine der beiden Schrauben ist eine sogenannte Stand-Off-Schraube. Dafür gibt es spezielle Schraubendreher. Du kannst aber auch einen gewöhnlichen, schmalen Schlitz-Schraubendreher benutzen. Löse die Schrauben und entferne das Abdeckblech der Rückkamera. Hebele die Kamera vorsichtig hoch, bis du sie herausnehmen kannst. Trenne jetzt das Lautstärke-Kabel. Löse dazu die Schrauben der Abdeckung und nehme sie heraus. Leg alles in ein gemeinsames Fach auf der Magnetmatte. Trenne jetzt den Konnektor für das Lautstärke-Kabel vom Logic-Board. Biege ihn etwas nach oben, damit er später beim Herausnehmen des Logic-Boards nicht im Weg ist. Entferne jetzt die Plastikabdeckung über dem Logic-Board. Löse zuerst die Schrauben der Plastikabdeckung. Einer der Schrauben ist seitlich in das Backcover geschraubt. Nimm jetzt die Plastikabdeckung ab. Darunter befinden sich weitere Schrauben, die eine Art Verbindungsstück befestigen. Löse diese Schrauben. Nimm jetzt das Verbindungsstück raus. Als nächstes musst du die WLAN-Antenne entfernen. Löse den Kontakt mit dem Spudger. Die Antenne ist mit einer Philips-Schraube seitlich im Backcover befestigt. Die Antenne ist leicht verklebt. Du kannst sie lösen, indem du einen Spatel vorsichtig unter das Kabel schiebst. Der Klebschlauch lässt sich leichter lösen, wenn du ihn mit Heißluft etwas erwärmst. Nimm jetzt die Antenne raus. Um gleich das Logic-Board herausnehmen zu können, musst du noch den SIM-Kartenhalter entfernen. Stecke dazu das SIM-Tool oder eine Büroklammer in das kleine Loch. Trenne jetzt die drei Konnektoren auf dem Logic-Board vorsichtig mit dem Spudger. Die Konnektoren verbinden die Ladespule, den Lightning-Konnektor und die Taptic-Engine mit dem Logic-Board. Löse jetzt die Philips- und Stand-Off-Schrauben am Logic-Board. Diese sind wieder unterschiedlich lang. Für die Stand-Off-Schrauben mit Gewinde in der Mitte gibt es einen Spezial-Schraubendreher mit Zentrierstift. Du kannst aber auch einen schmalen Schlitzschraubendreher benutzen. Jetzt kannst du das Logic-Board vorsichtig herausnehmen. Pass auf, dass die drei Konnektoren nicht am Board hängen bleiben. Entferne die eine Y-Type-Schraube und die beiden Philips-Schrauben der silbernen Flex-Kabelabdeckung und hebe die Abdeckung ab. Neben dem Lautsprecher ist das Flex-Kabel mit einer Art Antennenkontakt am Lightning-Flex-Kabel angeschlossen. Trenne den Kontakt vorsichtig mit dem Spudger und hebe ihn etwas an. Entferne nun die unterschiedlich langen Philips-Schrauben, die den Lautsprecher fixieren. Sortiere die Schrauben so, dass du sie beim Wiedereinbau des Lautsprechers nicht verwechselst. Nun kannst du den Lautsprecher mit dem Flex-Kabel herausheben. Der Lautsprecher ist leicht am Rahmen verklebt. Als nächstes kannst du den Konnektor der Taptic Engine abhebeln. Löse den Schrauben der Taptic Engine. Eine davon ist wieder eine Stand-Off-Schraube mit Ingewinde. Nimm dann die Taptic Engine raus. Entferne die Schrauben der barometrischen Abdeckung und nimm sie aus dem Gerät. Die Plastikabdeckung ist mit Schaumstoff verklebt, der beim Entfernen etwas zerreißen kann. Löse alle verschiedenen langen Schrauben des Lightning-Connector-Flex-Kabels. Zwei der Schrauben gehen seitlich ins Gehäuse. Sortiere die Schrauben in der richtigen Anordnung, um sie später beim Einbau nicht zu vertauschen. Das Flex-Kabel ist großflächlich am Backcover verklebt. Mit Heißluft kannst du den Kleber lösen und so das Kabel leichter entfernen. Nimm dir ein flaches Werkzeug wie den Stahlspatel oder ein iFlex und gehe damit vorsichtig unter das Kabel. Löse nach und nach das Flex-Kabel und erhitze es erneut, wenn sich der Kleber nicht lösen lässt. Hebe die goldenen Mikrofone sehr vorsichtig vom Gehäuserand ab. Wenn alles gelöst ist, kannst du den Lightning-Connector herausnehmen. Bereite den neuen Lightning-Connector vor dem Einbau vor. Entferne dazu die kleinen schwarzen Sticker vom alten Connector und klebe sie auf den neuen. Hier im Video siehst du das Vorgehen beim iPhone 8. Beim iPhone 8 Plus ist es aber dieselbe Vorgehensweise. Ziehe dazu vorher die kleinen Schutzfolien von den Klebeflächen ab. Entferne dann auch alle anderen Schutzfolien vom Ersatzteil. Lege dann das Flex-Kabel des Lightning-Connectors ein und drücke es fest. Erwärme es eventuell, um den Kleber weich zu machen. Achte darauf, dass alles richtig sitzt und das Kabel nicht zu weit oben im Gerät liegt. Dann liegt der Kontakt nicht richtig, um ihn später am Logic-Board anzuschließen. Verklebe auch die kleinen Mikrofone am Gehäuserand. Befestige dann alle Schrauben des Connectors. Setze dann die barometrische Abdeckung ein und drücke sie gegen die Unterseite des Backcovers. Verschraube die Abdeckung mit den unterschiedlich langen Schrauben. Nun können alle Teile wieder eingebaut werden. Lege zuerst die Taptic Engine wieder ins Gerät. Schraube die Taptic Engine fest und stecke den Connector der Taptic Engine wieder an. Setze den Lautsprecher wieder an den Platz und drücke ihn in Richtung Unterseite, damit er in die richtige Öffnung rutscht. Achte darauf, dass das Flex-Kabel richtig zwischen Akku und Lautsprecher liegt. Jetzt kannst du den Lautsprecher mit den Philips-Schrauben befestigen und den Connector verbinden. Bringe dazu den Antennenkontakt auf der runden Fassung am Lightning-Flex-Kabel an. Der Kontakt muss richtig sitzen, um richtig verbunden werden zu können. Leg noch das Abdeckblech auf das Flex-Kabel und schraube es fest. Leg das Logic-Board wieder an seinen Platz. Achtung! Die kleine Plastik-Halterung muss über dem Board liegen. Schraube das Logic-Board wieder mit den verschiedenen Schrauben fest. Leg die drei Konnektoren wieder auf ihre Steckplätze, drücke sie vorsichtig mit dem Finger fest, bis sie leicht einrasten. Wenn es nicht gleich klappt, versuche die Konnektoren nicht mit Kraft festzudrücken, sondern nimm sie wieder ab und versuche sie noch einmal aufzusetzen. Schiebe jetzt noch den SIM-Halter ein. Wenn er klemmt, prüfe nochmal, ob das Logic-Board richtig sitzt. Leg die WLAN-Antenne wieder ein. Drücke die Antenne etwas fest, damit sie verklebt und verschraube sie. Drücke anschließend den Konnektor an. Lege zuerst das kleine Verbindungsstück an seine Position und schraube es dann fest. Jetzt kannst du die Plastikabdeckung einsetzen und mit den Philips-Schrauben verschrauben. Schließ den Konnektor vom Lautstärke-Kabel wieder an. Schraube dann noch die Abdeckung mit den Philips-Schrauben fest. Setze die Rückkamera ein und drücke sie fest, damit sie richtig sitzt. Lege dann die Abdeckung auf und verschraube sie. Danach kannst du die Konnektoren wieder anschließen und das Abdeckblech aufsetzen. Das Blech wird mit zwei Y-Type-Schrauben fixiert. Um das iPhone wieder gegen Staub und Spritzwasser zu schützen, empfiehlt es sich, einen neuen Kleberahmen aufzukleben. Entferne zunächst alle alten Klebereste, damit der neue Kleber richtig befestigt werden kann. Beachtet aber, dass das iPhone nicht gegen Wasser zu 100% geschützt ist. Bevor du den Kleber auf den Rahmen klebst, achte auf die Ausrichtung. An den Ecken erkennst du, wo oben und unten ist. Entferne jetzt die erste Trägerfolie. Positioniere die Folie bündig auf dem Gerät und drücke sie leicht an. Drücke den Kleber nun rundherum fest. Jetzt kannst du auch die zweite Trägerfolie entfernen. Überprüfe nun den richtigen Sitz des Klebers und drücke ihn gegebenenfalls nochmal fest. Um den letzten Teil der Trägerfolie zu entfernen, hebe nun die Lasche an und ziehe sie vorsichtig ab. Nimm dir einen Gegenstand zur Hand, an dem du das Display anlehnen kannst. Jetzt kannst du in Ruhe das FaceTime-Kabel positionieren und aufsetzen. Dies bedarf etwas Fingerspitzengefühl, da das Kabel leicht verdreht ist. Setze die Metallabdeckung auf und verschraube sie. Schließe nun die Kabel für Display und Homebutton an. Versuche die Kabel korrekt aufzusetzen und nicht über den Konnektor zu rutschen. Die Konnektoren sollten mit einem leichten Klickgeräusch einrasten. Jetzt kannst du den Akku wieder anschließen. Jetzt kannst du das Abdeckblech aufsetzen. Befestige die Metallabdeckung mit den vier Philips-Schrauben. Nehme jetzt das Display und klappe es langsam zu. Achte darauf, dass das Display richtig positioniert ist, bevor du es fest andrückst. Zu guter Letzt kannst du die Pentalob-Schrauben befestigen. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise könnt ihr gerne in die YouTube-Kommentarbox schreiben. Wir helfen euch da gerne weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.